Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem ältesten Mitglied des Orchesters. Der ist nicht der älteste im Jahren, sondern er ist am längsten bei Harry James. Dieser Herr, das ist der Sportexpert des Orchesters, Corky Cochran. Weiß alles über Baseball, was es überhaupt gibt. Fing an mit Harry James, wo er nur 17 Jahre alt war. Und er durfte gar nicht mit einem Orchester spielen, weil in Amerika es nicht erlaubt, so jung mit einem Orchester zu spielen. Und daher hat Harry James ihn adoptiert. Er war vier Jahre lang Mr. Harry James Jr. sozusagen, adoptierter Sohn von Harry James. Jetzt spielt er aber nicht Baseball, sondern Tenorsaxophon und die wunderschöne Melodie You Are Too Beautiful, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Corky Cochran. Vielen Dank.